Jetzt wirklich nichts überstürzen. Das kann ich auch gar nicht, weil ich bin viel zu schlecht dafür, hier schnell zu snipern. Oh, nein, habe ich ihn da nicht erwischt. Ah, das wäre der Ultra-Sniper-Shot geworden. Ja, genau, Alter, was war das für ein Schuss, Freunde. Alter, Vater, das war richtig nice. In der Bewegung heraus, Hammer, was für ein Glücksshot.